Hi, ich bin Elisa. Wie heißt du? Ich bin Nino. Enrico. Ich bin Mira. Ich werde dir heute ein paar Fragen zu unseren Bestseller-Produkten stellen. Du kannst bei jeder Frage gewinnen. Und sollte es nicht klappen, haben wir natürlich auch einen Trostpreis für dich. Perfekt. Thema Mascaras. Unser Thema. Hier ist ein Begriff, ja. Ja, sieht man. Laconi hat nämlich letztes Jahr auch 324.200 Mascaras verkauft. Zwei davon an euch. Wie viele einzelne Wimpern, glaubst du, kann man damit tuschen? 87 Millionen, 35 Milliarden oder 64 Milliarden? 64 Milliarden. 64 Milliarden. 64 Milliarden. Es sind tatsächlich 35 Milliarden. Du hast so schöne Wimpern, du brauchst gar keine Wimperntusche, stimmt? Danke. C. 35 Milliarden. E doch, B. Ich sag das mittlerweile. Ja, würde ich auch sagen. B. 34 Milliarden. 35 Milliarden, aber B. ist richtig. Juhu. Stimmt auch immer. Du gewinnst einmal von Longcombe die Nose Mascara. Bitte weiter so an die Fragen rangehen. Das macht dich schon sehr schön. Dankeschön.